hallo schön freunde und herzlich willkommen bei der neuen folge schein mit dabei sind temster auf dem server hallo und basti zockt aber das spiel gerade nicht mit der ist nur im ps ich muss noch ein update machen ein kurzes ich habe ja letzte gestern war es habe ich eine folge aufgenommen die jetzt leider kaputt ist und da bin ich zweimal gestorben sieht man jetzt zwar nicht weil das komisch aufgeteilt ist ich bin erst einmal gestorben ja also ich habe da auch nicht viel gemacht ich war nur in tangents und habe geguckt ob ich noch einen zweiten spawner finde weil ich mir das geile schwert mit den christel ist so ist wenn man da machen wollte aber leider keinen gefunden und zwar gestorben das war scheiße was machst du ich warme holz damit wir unser holz ja gut aber ich habe ich habe jetzt hier letztens so zweifarbig weiter gebaut ich mache das mal wieder weg hat mal schön aussieht bisschen scheiße und wie wollen wir das dann machen wollen wir vielleicht so eine mauer außenrum ziehen dann das dach zwar frei lassen aber in der mitte halt das haus vielleicht bist du vergrößern ja auf jeden fall so weit in die richtung das wäre auf jeden fall mal gut ich mache mal unser maskottchen weg wer zum teufel hat hier die mauer aus dort gemacht weiß ich jetzt so genau nicht mehr das war halt die vorsichtsmaßnahme mit wir haben kein material und ich habe schon angefangen abzubauen ok holz habe ich auch nicht mehr haben wir hier irgendwo holz irgendwie habe ich so viele kisten rumstehen hier ist ein water shard und ich würde auch mal sagen wir können ein enderportal machen das ist euch klar ich glaube die kann man gar nicht so richtig abbauen oder ich guck mal ich weiß es nicht mit was könnte man die abbauen was die weißt du das was diese ender teile kann man die abbauen irgendwie nicht aber ich will die abbauen vielleicht mit nadia spitzhacke das ist ja eigentlich ultra geil ich will das echt nicht abbauen geht nicht also nicht mit einer steinspitzhacke blöd egal doch mal ich fahren das dann genügend heute das ist so schön auf dem server man kann mit shader spielen das ist so chillig nitrado leute wir sind jetzt bei nitrado und nitrado ist gut es läuft sagen wir mal so es läuft ballert bruder ich bin ja echt froh man und so schön mit 30 fps aufnehmen ey einwandfrei ich komm auch mal ein bisschen holz holen das dauert nicht zu lange ich fahr mir schon voll schnell ich brauche auch nur einen neuen helm ohhhh wie macht man das hm äh ja das ist normal dass jetzt ich bei riol hab ich mal geguckt der hat äh too many items im rezept mode aber ich hab das nicht äh ich kann zwar rezepte nachgucken aber nur von sachen die ich im inventar hab ist das normal damit hab ich mich noch gar nicht befasst muss ich ja ehrlich zugeben ey so ne kacke ich muss das nur irgendwie machen aber ich find das total geil dass ich jetzt mit shader aufnehmen kann ohne lags ohne nix ja ich glaub das lag wirklich an dem alten server ey ich glaub das langsam auch das ist komisch äh war normal ist das ja nicht ne die lags waren schon heftig na wenn fünf leute auf dem server sind und es leckt wie die sauer dann ist irgendwas falsch ja schon so das hat ja echt geleckt diese was hättest du nicht erwähnt mit 100 leuten ja aber gut was erwartst denn der server ist wahrscheinlich auch nicht das wahre gewesen ja schon ich weiß jetzt nicht wie das ist aber ich sag mal wie ich weiß nicht wieviel ein server von nitrado kostet hab da ja keine ist doch gar nichts ja klingt na klar aber äh vom prinzip her wenn du das jetzt bezahlen würdest wärs auch nicht teuer glaub ich boah ich hasse diese hohen bäume ah das ist ja da braucht man so ewig ja so erstmal Karotte ins Gefühl was macht ihr gerade holz abholen wir könnten vor alledem auch mal noch irgendwann ähm es wird dunkel denkste dran ne irgendwie schauen dass wir eine weizenfarm dann wirklich eröffnen ja oder wie basti gesagt hat das mit diesen furzviechern ich weiß nicht ob man in der version die zähmen kann weil der hat nämlich in der skype konfigur gerade geschrieben das ist in der 1.4 aber wir spielen auf der 1.3 whatever ich weiß nicht warum du bist schade ey kannst du mal im chat fragen ob die betten haben was man gleich fragen kann wir haben doch oder sollen in der nacht bauen wir haben doch betten wir haben doch betten die anderen achso ob die betten haben wir sind die nicht alleine im im ding ein schein projekt ey wir hatten die wieder zugebaut ich boah was denn da wollte ich durch achja habt ihr ähm mitbekommen dass chaosfloh ähm kurzzeitig bei uns wohnt ja äh nein der hat an der seite seine kiste und öfen schräg ah ok ich habe es ihm erlaubt er hat gefragt ich habe ihm gesagt es kostet dann aber elf eisen und aus den elf eisen habe ich uns die dimensional door gemacht ob er hupp habt ihr betten moin wir sind nicht zuhause hause passt dann geht nach hause dann war gut nach hause bei uns hin ah mein inventar ist absolut unaufgehalt vor Behinderter ich krieg mal was denn das ich sollte in der aufnahme nicht auf meinem Fuß sitzen so halb aaa eingeschlafen Trottel ey wie baut man die scheiße ab So, ich schau jetzt erst mal. Das ist ja mal mega behindert, ey. Okay, es leckt gerade leicht, aber ich glaub das liegt an mir. Bei mir leckt's nicht. Okay, das liegt an mir. Sollen wir drei raus, immer? Wie wär's mit drei? Hier, so, drei Glocke nach außen. Schau mal kurz, ich glaub wir machen das anders. Wir machen das doch von, wir machen einen großen Raum, aber das da hier drinnen lassen wir erstmal so. Weil die Teile kann man ja erstmal nicht abbauen, deswegen das sieht bisschen kacke aus, wenn die so frei in der Luft schweben, deswegen lassen wir das so. Also ich würd sagen, was für ein Holz hab ich denn jetzt? Was willst denn du jetzt? Wir machen jetzt erstmal hier außen, da lassen wir eins frei, dass man hier noch durchlaufen kann. Was sonst? Erstmal hier so. Ey, wir haben falsche Toils. Echt? Also, ja, ich hab auf jeden Fall andere Toils, ich hab Oakwood, was das andere ist, was ist das andere? Fuck. Spruce Wood Plank, wir könnten einfach alles abreißen und das Oakwood machen, würde auch gehen. Ja, man hier. Scheiß drauf. Ich baue ab, du machst weiter. Und ich setz. Okay. Ach, scheiße. Wie gut, dass ihr die Drecksarbeit macht. Jetzt hab ich keine... Wie heißt es jetzt? Ich brauch Stein, hier ist Stein. Da. Ich hab hier noch Spruce Wood. Ach, scheiße. Jetzt ist es auch egal. Jetzt ist es auch egal. Jetzt ist es auch egal, Mama. Weiß doch, Dreif. Bullshit. Alter. Ich würde jetzt gern so ein Viecher haben und drauf reiten. Ich weiß nicht warum, aber ich würd gern. Kokopo. Oder was? Nee, diese Teile, wo diese grünen Strahlen werfen. Die kann man auch erst in der 1. Zeitpunkt. Ich weiß, aber ich hätte es gern. Nee, nicht das Glas wegmachen. Ja, ich weiß, ein Eiweckreifen. Nicht das Glas wegmachen. Hups. Entschuldigung. Hupala. Wir müssen halt Neues brennen. Mein Gott, hab dich nicht Sorge. Äh, warum einfach, wenn es umständlich geht? Äh, natürlich. Es ist bittetlich. Es muss schwierig sein. Also ich glaub, das Holz reicht auf jeden Fall aus. Relativ. Ich bin mir da nicht so sicher. Ähm. Mal kurz. Ich mach's so. Das Holz ist falsch. Rup. 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 Boah, das ist jetzt viel zu laut, Alter. Regen, Alter. Ey, bei mir geht er. Bei mir geht's. Okay. Kann ich den Ton vom Regen irgendwie ausmachen? Äh, ja. Sollte. Gehen. Bist du dir sicher? Ja. Gott, das war auf der anderen Seite ein bisschen leer. Was, wie, wo? Nee, auf keinen Fall. Zeig. Oh! Du hast gesagt, ein Block? Ja, aber an der Seite war das halt ein bisschen mehr. Dann machst du das. Und ich schaue noch jetzt auf die andere drüber. Baumeister. Ja, aber hier ist eins. Okay, da kann ich es lassen. Da kann ich schon weitermachen. Und nur dann, nur das hier nicht. Hier ist es konstant eins. Okay, müsste eigentlich, ne? Müsste sonst richtig sein. Und hier hinten habe ich... Ja, hier hinten ist es egal. Da ist es dann auf beiden Seiten. Theoretisch gleich, wenn ich es nicht falsch gebaut hätte. Nee. Oder nee, ich baue das da einfach um. Zack. Oh, jetzt mit der Handarzt. Jetzt mit der Handarzt. Digger, das ist hier eine Arbeit. Die ist überhaupt nicht schön. Ey, hast du ein Ding gemacht? Ein Timer? Äh, ja natürlich. Ah, gut. Das mache ich immer automatisch. Okay, alles klar. Hier hinten ist er auch falsch. Hier hinten ist er auch falsch. Was? Kein Fall. Doch. Niemals. 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 Da bin ich ja mal gespannt, wenn ich auf den Server komme. Ey, wir haben noch neun Minuten Zeit, um das Ding zu retten. Ja, das geht schon klar. Solange die schwimmende Plattform nicht untergehen. Oh shit, wir saugen schon ab. Das Wasser kommt immer näher. Das ist so geil. Okay, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Was machst du denn? Du machst das und ich, äh, mach mal das dann. Ja, egal, doch, das stimmt schon. Jetzt wollen wir wieder ner Axt. Du musst die ganzen scheiß Platten abbauen, ey. Warum lasst die Platten nicht so schön? Ja, aber wir haben keine davon. Das sieht doch voll kacke aus. Nein, das sieht voll scheiße aus. Ich will die weg haben. Das muss alles hübsch sein. Alter, das geht einfach rechtlich, rechtlich beschitten aus. Boah, nee, ey. Oh nee, oh nee. Nicht, 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 nicht jetzt bitte. Was ist los? Jetzt kommt dieser Fail wieder mit dem Abbauen. Ja, Mann. Das ist nicht funktioniert. Das ist nur bewegend. Und einsame Kau... Ich krieg'n Hass. Ich krieg'n Hass. Nee, das ist das komplette Dach nicht erbauen. Und die Axt verbraucht sich. Wie geil ist das denn? Alter. Runter vom Server. Das kann ich da ran liegen. Das hat die ganze Zeit super geflogen. Ah. Oh mein Gott. Was ist jetzt wieder los? Ey, nee. Komm schon. Das ist ein anderer Server und es wird trotzdem nicht vergeben. Wie viele Leute sind auf dem Server? Das müsste echt laufen. Es gibt aber grad so, also ich aktualisier immer wieder, es gibt grad so, äh, Pink-Schwankungen bei mir. Jetzt ist wieder voll. Jetzt müsste eigentlich wieder alles gehen. Nee. Ah, nee. Nein. Nein. Alter. Ich würd gern meine Blöcke aufsammeln. Dann setz ich jetzt das Dach. Und bau das irgendwann anders ab. Echt, ey. Hab ich schon. Voll geklappt. Warum? Regne ist grad bei euch. Ja. Das kann gut sein. Ich hab irgendwie Angst, dass er jetzt, dass der Lascaro jetzt kommt und uns töten will. Ach was? PvP ist doch eh aus. Aber da war... Die kommt zu uns, um uns zu enchanten, ey. Penner. Echt? Nein. Ihr müsstet euch rein theoretisch in die Betten legen, wenn Nacht ist und dann hört der Regen automatisch auf. Auf geht's. Ja, lebt man schon. Leave, 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 ich will. Den Mainz. Mainz war das Mittleren, ne? Los, in der Bett. Ich weiß gar nicht mehr, welches Mainz war. Egal. Ja, okay. Watt. Fuck. Den im Bett. Komm schon. Läuft? Ja. Läuft. Lachs am Regen. Der Regen regnet immer noch. Achso. Aber jetzt geht's trotzdem wieder. Jetzt geht's wieder. Geht's wieder? Also ich kann auf jeden Fall... Regen ist aus. ...bauen und ich sehe schon den Zombie. Zack, 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 zack. Ne. Zack. Zack. Also es ist jetzt leichter geworden, aber immer noch ein bisschen... Wie lange Zeit haben wir noch? Uah! War das? Zombies. Frag ich mich auch da so... Wir haben noch 5 Minuten. Wo kommen die Zombies her? Voll egal. Obst, doch sie kommen hier rein. Digga. Haben die Zombies gerade... Den Zaun eingerissen? Was? Was zum Teufel? Die haben gerade... ...Klaustern kaputt gemacht. Geil. Alter. Voll gut. Ist ja mega mies. Mega scheiß drauf. Ey, solange du überleben passt. Scheiße, wie komme ich wieder rein? Äh, vorne rum? Was hier? Da habe ich nichts freigelassen. Also, habe auch gerade von Flo die Info, dass die CPU-Auslast sind gerade auf 100%. Und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Oh. Aber mit 4 Leuten auf dem Server. Das ist ein bisschen arg. Und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Aber das Abbauen lief. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Und... Was kann ich mir essen? Fuck, ich brauche was zu essen. Haben wir was in der Kiste zu essen? Regnet es gerade bei euch? Ja. Okay, ich habe ihm jetzt mal gesagt. Lass doch Toggle Down vorher mal. Hehehe. Schön, dankeschön, dankeschön. Wunderbar. Ey, ich will da noch ein Steak essen. Eins und zwei. Ey, wie ist denn das jetzt? Hast du... Wieso machst du die Decken? Ist da Regen aus? Ja. Super. Hat es aufgehört zu laggen? Ja, ein bisschen. Also doch, hat aufgehört. Dann lagst du wirklich im Regen. Das kann doch gar nicht sein. Also, bei Regen wird nicht mehr gearbeitet. Dann machen wir Pause. Hehehe. Wie die Power breiten. Voll gut. Ey, das machst du im Real Life denn auch? Und wenn nicht dein Boss dann dumm anmacht? Sorry, es leckt. Ich kann grad nicht arbeiten, Schätzelein. So, baue ich mich hier jetzt kurz hoch. Ja. Ich nehme jetzt erstmal das Stück hier wieder weg. Wir können ja eigentlich, wenn wir Bock haben... Können wir? So... Wie soll ich sagen? Ich baue mich hier auch mal hoch, ja. Ein zweites Stockwerk oder so machen. Ja, das finde ich nicht schlecht. Ihr macht das schon, ich glaub an euch. Ich setz nur die Dimensional Door. Äh, dann schmeißen wir dich raus, weil du nichts gemacht hast. Und dann gehört mir die Dimensional Door. Nicht, wenn wir sie dir klauen. Wie willst du sie mir klauen? Wir töten dich einfach. Du kannst sie nicht abbauen. Scheiße. Ich hab kein Holz mehr. 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 Digga, hast du noch Holz? Äh, ja. Gib mir mal schnell. Schmeiß kurz, ich schmeiß den mal rüber. Schmeiß rüber? Du hast du alles, was ich hatte. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sag immer mal gerne. Supergeil, supergeil. Wir haben noch so knapp 50 Sekunden. Echt? Dann ist Ende Gelände. Ich glaub wir machen noch ne Folge. Ja, auf jeden Fall. Scheiße. Wenn du sagst, wenn die Zeit rum ist, dann... Also jetzt muss dann die Endcard kommen. Willst du oder soll ich? Äh, mach du mal, ich hab ja Anfang gemacht. So, ja dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das ganze Ding hat euch gefallen. Dass wir jetzt mal wirklich... Ja, indem sie nur an der Behausung gebastelt haben. Ist jetzt vielleicht nicht so interessant. Aber ich sag mal, es ist ja auch wichtig für das ganze Spiel, dass wir irgendwas haben, in dem wir leben können. Das Überleben. Und... Dann... Disconnect dich jetzt und... Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Wieder bei Shine. Tschüss. Abonnieren, kommentieren, subtrahieren. Tschüss.